Ich habe mich überlegt, wo waren denn die Türen? Das war doch, aber ich war auf der Pferdung und bin dann runter. Oder war das das, wo ich die... Dann habe ich den Stecker gezogen, ne? Also da geht es wieder zurück. Also runterspringen oder nicht runterspringen? Also runterspringen, okay. Ich bin nicht dein Wunsch, wirklich, ich bin nicht. Ich verstehe, dass investieren in deinen Vertrauen in jemanden kann schwierig sein, aber das Fakt ist, dass die Geschichte über nichts ist, aber dich, all diese Zeit. Es ist jemanden, den du verletzt hast, Stanley, jemanden, den du vergessen hast. Was? Wirklich? Ich war in der Mitte von etwas. Hast du keine Ahnung für andere? Gefahr, Gefahr, Gefahr überall. Wieso? Ich weiß nicht, wie ich dich davon überzeugen kann, aber ich möchte dir wirklich helfen, um dir etwas schönes zeigen. Schau, lass mich das tun. Lass mich das tun, dass ich auf deinem Seite bin. Gib mir eine Chance. Hör auf, das ist wichtig. Stanley ging durch die roten Tür. Ich war nur irritiert, weil die beiden so ein bisschen bläulich dahinter sind. Ich dachte deshalb, ich wäre durch die blaue gegangen. Ich werde mich nicht verletzen. Sie sehen? Es ist nichts hier. Ich habe noch nicht gewusst, dass du hier warst. Denn du warst niemals hier in der ersten Zeit. Broken rooms, exposed developer textures. Ist das, was du wolltest? Was es worth ruining die ganze Geschichte, die ich vor allem für dich geschrieben habe? Ich glaube nicht, dass ich viel Zeit in das gemacht habe? Denn ich habe. Und in der Ende, es war alles für nichts. Denn das ist das, was du wolltest. Was? 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 Es ist jetzt eins von 5. Eins das beste fünf zu schlechtes Zeug oder umgekehrt? Ja, da ich mir nicht sicher bin, nehme ich die drei. Da bin ich auf jeden Fall sicher, egal, wie rum das gemeint ist. Oh, of course. A three. Really. Maybe next time we can get you to form an actual opinion. You know? Any level of critical thinking or engagement with your surroundings? Does that sound good? Think we can do that? Yes? Wonderful. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Okay. Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Competitive leaderboard? Warte, had ich grad was übersehen? Fand ich super? Hey, I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. You wouldn't mind taking a look at it, would you? Perfect. Let me boot it up. In this game, the baby crawls left towards danger. You click the button to move him back to the right. And if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game. All about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about four hours. So why don't you give it four hours of play to make sure it's effective? Be sure to keep notes on your experience. Oh god, that's very furchtbar. What's this, baby? You heartless bastard! Did you do it because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for me. I'm not even going to try. I'm out. I'm out. I'm done. It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Oh, hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Yes. This seems like it'll work. Let's give it a shot. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Spiel von jemand anders? Ach. Well, Stanley, is this any better? At last, the one thing you've always desired. A game I had absolutely nothing to do with. But is it enough? Tell me that, Stanley. Will it ever be enough? Well, I'll say this. I'm done making things for you. From now on, I will only create to fulfill a greater artistic purpose. Watch this, Stanley. I'm going to build a house. This will go here. No, here. And then... Let's see. What does it need? Ah, yes, of course. And just to finish it all off. Yes. It's complete. I made this, Stanley. Look at it. Gaze upon my work of art. And feel ashamed at your own inadequacy. Ah, but you've only seen it from the outside. You've only gotten half the experience. Please, step inside and make yourself comfortable. Hmm, sieht nicht so besonders berauschend aus da drin. Isn't it grand? Isn't it perfect? It could only be better if... Kuschelig. Wait, that's it. We must rebuild it out of diamond. Diamond everything. Yes, yes, yes. Come along, Stanley. We have to go mining. Ach, und jetzt muss man 100.000 Stunden irgendwie in der Diamantenmine schuften, um es besser zu machen. Oh my, it looks like it's going to get a bit dark. Have you brought a light? Oh, no, 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 no. This is far more open-ended than I had in mind. I'm looking for something more narrow and linear. Something that makes you feel utterly irrelevant. This won't do at all. One out of five. Ach, jetzt werde ich aber schon gefressen. Okay, new game. Ah, ich dachte ich jetzt schon. Ich bin irgendwie die ganze Zeit einfach nur gespannt, was gleich noch passiert. Auch wenn das teilweise schon echt böse ist. Ja, und das jetzt da haben, schreibst du schon, drückst Knöpfe. Da hat er verdammt recht. Ach. Ja, ich weiß gar nicht, was dieses Spiel ist, aber ich liebe es. Du, in einer Schlauze mit keinem Weg raus, hörst du mich zu sprechen. Oh, es ist inspiriert. Ich hätte es nicht mehr gemacht, ich hätte es mir selbst gemacht. Was ist dieses Spiel überhaupt nicht? Ich kann es nicht herausfinden. Okay, jetzt bin ich mir interessiert. Lass uns herausfinden, was das ist. Oh, es geht der Timer runter. Oh, es ist ein Puzzle. Kritische Gedanken, Stanley. Ihr 40. Genius. No, actually, you know what? I think that's plenty. I really don't care much to see you stumble through any more of these games. And I highly doubt you're any wiser for the experience. Which is why, rather than continue to waste my time, I'm just going to leave you here. You can pretend you've beaten the game if it makes it any richer for you, Aber wie für mich, ich habe ihn jetzt. Okay. Strange. 427, ich bin wieder zurück. Ich habe einen geileren Computer. 1. Ich habe ihn herausgefunden. Wenn er das, was er der Leading Man in seine eigene Geschichte kam, dann vielleicht er hat er es. Down in, wherever he is right now. I wonder if he's happy with his choice. And if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The end will be here soon. Very soon. I can wait.